Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, die Fraktion der Alternative für Deutschland tritt der kurzfristigen Aufsetzung der Zusatzpunkte 5 und 6 auf die Tagesordnung entgegen. Die vorgesehene Redezeit widmen wir dem Gedenken an die in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna, sie wurde 14 Jahre alt. Aus der Erde kommst du und zur Erde wirst du werden. Darf ich Sie hinweisen, dass wir gerade zur Geschäftsordnung reden? Ich würde auch bitten, dass Sie sich an die vorgegebene Tagesordnung und an die Geschäftsordnungsdebatte halten. Herr Seitz, haben Sie noch etwas zu sagen? Ansonsten würde ich die nächste Rednerin und den nächsten Redner aufrufen. Da Sie mir nicht antworten, ist damit Ihre Rede oder Ihr Beitrag beendet. Ich gebe das Wort jetzt Carsten Schneider für die SPD. Ich fordere Sie auf, das Redepult zu verlassen. Carsten Schneider für die SPD-Fraktion. Das Rednerin ist das Rednerin, die CDU-Fraktion. Vielen Dank.